Tschakal Lava mit Dalu und Tim, wir haben alles auseinander genommen, alles auseinander genommen. Es war richtig OP von Minute 1 weg die Runde, haben alles im Griff gehabt, clean Runde, mega Spaß gemacht, war sehr verwirrend, für viele andere Leute wahrscheinlich. Wenn ich jetzt denk, wow, da ist wirklich alles nach Plan gelaufen, lasst mal einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt, ich wünsche viel Spaß. Ja, ich wusste ja, dass du meine Leiche gegessen hast, ich wusste ja nicht, wie viel du schon gemampft hast. Ja Mann, ey, ich wäre dann raus, ich wäre raus, ja klar doch. Viel Spaß, tschau, tschau, tschau. Eine kurze Bonusrunde, stecht einfach instant rein. Bonus, Spaß. Viel Spaß. Hattet ihr auch keinen Sound gerade? Ich schon. Doch. Ich glaub, nur als Impostor hast du keinen Sound. Oh nein, Vivi. War Maggi. Wartet ihr, Sekunde, würdet ihr mir glauben, wenn ich sage, ich bin Leiter und ich hab gesehen, wie Jeff Vivi getötet hat? Na klar, du. Nein. Klar. Nö. Kommt drauf an, wie glaubwürdig kann das formulieren, weil gerade nicht. Kann der Nicecaster das erstmal prüfen? Ich bin von dem, ich bin von dem Table weggegangen, ich stand auf Vlesk drauf und ähm... Geh runter, du Schwein. Hab dann die Leitertaste gedrückt, auf einmal sehe ich so viel Jeff auf Vivi raus. Kann der Nicecaster das aber bitte testen, ob Tim Horus erst Leiter ist, bevor er mich wollte? Wieso denn der Nicecaster, Jeff? Weil ich Q-Mate bin. Never. Kannst du ja gar nicht. Wenn er ein Q-Mate raushauen möchte, dann möchte ich auch, dass ein Q-Mate ihn raushauen. Nee, da vergesse ich nicht. Das geht ja gar nicht. Das geht ja gar nicht. Aber hätte Tim das so erzählt, so die Runde startet und er macht so, ich bin Leiter, ich hab's gesehen. Vielleicht der Jeff. Weißt du was, Tim? Ich glaub dir. Super, cool. Das ist das erste Mal, dass wir Son Vlesk hören, wow. Weißt du was, Tim? Ich glaube dir. Weißt du was, Tim? Was ist denn jetzt los? Ich glaube dir. Let's go! Ja, das ist okay, weil... Let's go! Ich schwör, ich weiß nicht. Bart hat ihm nicht geglaubt. Bart hat ihm nicht geglaubt. Siehste? Er lügt der. Also, Tim Hores lügt jetzt. Er hat wahrscheinlich Leiter auf ihn gemacht. Tim, dann erzähl jetzt mal. Nee, 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 nee. Ist es genauso passiert? Nee, 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 nee. Bart hat wahrscheinlich wirklich gegessen, ne? Aber... Wurde Bart vielleicht einfach gegessen? Aber vielleicht auf Jester? Oh ja, ja! Das könnte sein. Vielleicht auf Leiter, weil er wirklich zu viel Wissen hatte. Aber wegen dem anderen Ding? Ich glaube, Items... Ich glaube. Guck mal, wie nett er das gesagt hat, oder? Ich könnte dir sogar vorstellen, dass Bart böse war, weil er hat oben in Navigation eine Task gemacht. Die hat man, glaube ich, so früh noch nicht. Geil. Den Elektriker ist stark genug für uns beide. Der erste! He saved the day! Ja! Ja, ich glaube, Bart war böse, ne? Was ist das toll? Hä? Ich lüge nicht. Ich lüge wirklich nicht. Das seht ihr nach der Runde. Wirklich nicht. Ich lüge... Das sind halt beide. Beide ähm Beide Poster sind raus. Ich kann vor allen Leuten töten, sobald wir bei... Warte... Ich kann jetzt legit... ...laufen am besten weg. Willkommen zu unserem Meeting. Let's go! Hello! Ich habe vielleicht interessante Informationen, aber nur wenn der Übergesser wirklich raus ist. Ja, bin ich. Ich würde... Ja, dann sag sie nicht. Ist das so? Ich vote jetzt einfach Terste. Aber Terste stand grad mit mir in Electric. Das ist mir komplett egal. Okay. Oh, die Lacher... Aber Tim, jetzt ist es ungelogen. Das ist deine Runde. Wer ist es? Tim, wer ist es? Komm, push! Das Ding ist... Das Ding ist... Also... Du bist... Der Radiosender. Ich glaube dir. Es ist Terste. Es ist Terste! Es ist Terste! Wir... Wir haben euch gestürzt. Komm, bitte lass... Okay, also ich war leider. Bitte lasst die Runde jetzt zu Ende sein. Ich war leider, ne? Ich war leider, ne? Das habe ich auch die ganze Zeit... Komm mit! Wenn die Runde jetzt zu Ende ist! Danke euch, ne? Danke! Bye, bye! Let's go! Oh! Warte mal, wir voten... Da ist noch mehr drin, ne? Muss ein bisschen aufpassen. Ähm... Ja, eine Person muss ich töten und dann würde ich... Dann würde ich Items einfach noch raushauen. Wo ist er denn? Ein Mäer ist noch drin und einer irgendeine andere Rolle. Wo man nicht genau weiß, was es ist. Hä? Oh, scheiße! Das war jetzt aber nicht lange her, oder? Ah... Aber er war Jester, ne? Das ist doch gut eigentlich. Wie lange ist der Kill jetzt her? Das waren keine drei Sekunden. Ich habe ein Bait getötet, leider. Oh. Beide Imposter sind schon raus. Oh, woher weißt du das? Hä? Naja, ich... Ach, Mann! Ich... Wen hast du gevotet, Vlesk? Was hast du getan? Komm, sag, wen ich voten soll. Es ist deine Runde, Chris. Was tut ihr? Moritz, wer ist es? Es ist deine Runde, oder? Ich will das mal Tim holen. Vlesk, wen hast du gevotet? Achso. Äh... Ich muss mich gerade zwischen Linda und Tim entscheiden. Ne, Tim nicht. Tim ist es safe. Ich bin safe. Ich glaube Tim. Dann... Dann wähle ich Baso. Wenn Tim... Dann gehe ich auch Baso. Ach, Scheiße. Es ist gemein, du bist ja einste Crewmate gerade, leider. Was seid ihr denn noch, hä? Wie, wie? Ich bin auch Crewmate! Hallo, was? Wenn ich... 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 Tim, was bist du? Ja, also Tim... Tim denkt, er hat gewonnen, aber Tim hat tatsächlich auch nicht gewonnen. Äh... Aber was seid ihr noch? Ich raff das nicht. Ja, du bist doch Lover. Du bist Lover. Vlesk, du bist Lover. Ich war vorher dein Lawyer. Achso. Lawyer. Ja, wir sind... Äh... Jackal-Duo, Lover. Ähm... Sprich, da ist nichts mehr... Ah, dann verliere ich jetzt. Schade. Es sei denn, Linda votet... Nee, es geht gar nicht. Moment. Ich hoffe einfach, dass der Nice Gesser nicht drin ist. Ich hab jetzt aber Tim gevotet. Achso. Ja, das ist wahr. Ich raff ja noch nicht, wie ihr alle drei noch böse sein könnt, aber das geht nicht. Nein, ich bin nicht böse, ich bin Detective. Ich hab nicht gevotet. Tim, du hast ja eh schon gevotet. Ich vote mich. Lover ist erst... Lover ist erst bei drei vorbei und Jackal... Warte mal. True... Warum ist das Game noch nicht vorbei? Leute, ich bin D-Tim. Ich weiß nicht, was ihr seid. Ich bin noch gut. Hä? Was habt ihr gesagt? Lässt dich gerade laut abgesprochen, was du votest. Ich hab Tim gevotet. Du hast gesagt, dass du mich gevotet hast. Nein, das war doch Quatsch. Oh. Das ist Doppelquatsch jetzt wahrscheinlich. Vielleicht ist das dreimal Quatsch. Ich hab wirklich Tim gevotet. Nein! Oh Gott! Jaaaa! Jaaaa! Und was warst du? Was warst du, Baso? Warst du Nice Gesser? Ich war Shifter und hab Nice Gesser von Juli bekommen. Oh Gott! bike! Kennt ihr dieses TikTok, wo er das Messer einsticht und dann auszieht? Das war gerade mit Chris, oh nein. Richtig nice. Ah, geil. Aber ich war auch gerade am, jetzt wo du es gesagt hast. Nee, ich war nicht. Weil da steht nur Lava bei mir. Ja, bei mir auch. Ich hatte Angst, Vlesk, dass Baso der Mayor ist. Achso, ja. Weil der Mayor war ja noch drin. Ja, ich dachte mir auch, Linda ist Mayor. Genau, und deswegen war ich mir mit den Votes am Ende auch nicht so sicher, ob wir das einfach so gewinnen. Weil du hast wirklich als erstes gevotet und ich wusste nicht, wen du rausschmeißt. Ja, ich dachte mir, die kommen, also das kann sich nie so abgesprochen werden, dass wir nicht als Lava gewinnen. Aber ich habe nicht damit gerechnet, dass Linda von allen Rollen nice. Das war so gut. Was war Tim denn ursprünglich? Ich war ursprünglich Lawyer. Ah, ja. Und bin ich zu Chris gegangen. Hast du als Lawyer Vision? Pass auf. Oder warst du da schon Sidekick? Ich bin zu Chris gerannt und wollte ihm eigentlich so hinterherrennen, so nach dem Motto, hoffentlich checkt er, ich bin Lawyer. So, und dann hat er mich gesidekickt. Und in dem Moment, in dem ich sidekickt wurde, hat Jeff gerade sie getüttet. Okay, okay. Aber ich habe eine Frage. Wenn du Jakar-Lover bist, warum Sidekickst du dann nicht deinen Lava? Nein, weil dann beide sterben. Naja, weil wenn, also das bringt relativ wenig, weil sobald der Sidekick zum Jakar wird, das passiert eh nie. Weil wenn ich sterbe, ist er auch tot. Genau. Vor allem hast du ja nicht mit deinem Lava gewinnen. Ja, aber Vlesk hat so zwei Möglichkeiten zu gewinnen. Der Jakar hat zwei Möglichkeiten zu gewinnen, wenn du Lava bist und wen anderes zum Sidekick machst. Du kannst über Lava oder über Sidekick. Aber welche Rolle hattest du jetzt bei mir? Steht nur Lava bei dir. Äh, ich war, ich war, äh, Detective. Du hast mich doch gegäst. Nee, ich habe, äh, Vlesk auf Jakar gegäst. Was? Deswegen habe ich verloren? Vlesk, du Schwein. Ich dachte, ich wurde gegäst. Ich war aber auch ein bisschen verwirrt, weil, äh, ich dachte auch, dass dann bei... Hattest du, dass Tim Horus im Postal ist? Vlesk Jakar als Lava mit Dalukar zusammen? Und dann, also, ich hab's gar nicht gerafft. Ja, tatsächlich konntest du, egal wie du gäst, nicht mehr gewinnen, weil wenn du Tim gegäst hättest, hätten wir Lava gewonnen. Ich hab gerade geschockt, ich dachte, du hast mich gegäst. Du bist noch nice gäst und wolltest mich auf Detective Meist gebracht haben. Also, Vlesk konnte nur gewinnen, egal. War die Revanche für das Medi-Shield? Aber ich wollte natürlich mit beiden gewinnen, aber das ging nicht, dass er wie Lava im Postal ist. Ich dachte, aber, aber Vlesk, ich find's recht, du ziehst das da mit mir durch. Das war, ich bin nicht teuscht. Ich bin verwirrt, aber gut. Ja, die war wirklich verwirrt, das Endgame. Daluk, ich dachte mir, wenn wir, egal, wen wir voten, der Pflicht, also Tim oder Linda, weil die sich nicht absprechen können, und dann gewinnen wir zu dritt. Und ich wollte Tim halt nicht rauskicken, weil der war ja trotzdem ein Zeitweg. Aber wir hätten ja trotzdem gewonnen bei drei. Der Anfang war so viel. Aber das ist halt nice, Gesser. Der Anfang war echt wild, ja. Weil die Imposter waren ja nach dem ersten Meeting, waren ja beide Imposter weg. Ja. Ja, das war so krass. Das war gut gebetet, Tim.